Musik Was mich am Moderieren fasziniert, ist immer wieder Gäste und Zuschauer zu begeistern. Bist du zum ersten Mal auf der EDN-Expo? Also ich hätte es ehrlich gesagt, ich habe es mir gar nicht so riesig vorgestellt. Nehmen Sie die Person, die hinter Ihnen sitzt, stellen Sie dir eine Frage zum heutigen Tag, die antwortet mit dem letzten Buchstaben und dann zurück. Eine Minute lang ausprobieren, aufstehen, let's go! Ich glaube, das können im Saal alle nachvollziehen. Vier imposante Filme, vier imposante Projekte. Wer hat denn jetzt gewonnen? Sie haben beide gesagt, Herr Groß und Herr Professor Hüsselmann, dass Sie über die Lehre... Und ich mag einfach Menschen und stürze mich immer wieder ins Abenteuer. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020